Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girl Itay. Und hallo zu einem neuen Video mit der Ruby Nesca beim Ausreiten. Und ich bin da jetzt auch ganz in der Nähe vom Stall noch. Hier sind die Pferde vom Stall. Und hier oben mir geht's rund, weil hier sind lauter Flugzeuge. Da drüben gibt's einen Traktor, der die ganze Zeit rumfährt. Also es ist hier definitiv noch einiges los. Nicht wundern übrigens, falls du in diesem Video vielleicht, vielleicht aber auch nicht irgendwo eine Zahl siehst, die dann unbedingt dir merken, weil die Zahl gehört zu einer Videoreihe. Und am Schluss kriegst du dann nämlich eine Nummer raus, eine Telefonnummer, wo du jemanden gewissen eventuell anrufen könntest. Wenn du jetzt nur denkst, hä, was redet sie da? Dann schau dir am besten dieses Video hier oben an. Und dann gibt's alle Infos dazu. Dieses Video gehört nämlich zu einer Videoreihe. Ich schütze mein Pferd nicht, ist der Videotitel. Und da geht's um, hast du einen Beinschutz, ja oder nein? Wenn du jetzt ein Pferd reitest, gibst du da was drauf oder nicht? Sind deine Pferde jetzt untenrum geschützt oder reitest du einfach komplett unten ohne, wie ich jetzt einfach mal so sage? Wie schaut das bei dir aus? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich habe ja auch Freundinnen, die komplett ohne Beinschutz auch reiten und sagen, okay, wir gehen zwar ins Gelände, ausreiten und sowas, aber ich verzichte drauf, ich brauche das einfach nicht. Ich muss jetzt sagen, ich reite die Rubinesca zum Beispiel eigentlich so gut wie immer mit Beinschutz. Es gibt jetzt auch dann die Diskussion, Gamaschen oder Bandagen. Und ja, da bin ich auch gespannt, wofür du dich entscheidest. Mach mal hier mit bei der Umfrage. Mit Beinschutz oder sagst du ohne Beinschutz, Gamaschen oder Bandagen? Bin ich gespannt, wofür du dich jetzt da entscheidest und was du da jetzt irgendwie abstimmst. Und ja, dann schauen wir mal, was da jetzt kommt. Übrigens, da sind meine Pferdis. Da ist die Rubiel, die Jenny, Jessie und der Rubien, der jetzt gerade irgendwie Kontakt aufnimmt mit dem Wallach da an der anderen Seite. Und mit der Eskade wird gerade gearbeitet. Also die Eskade wird jetzt gerade bewegt. Deswegen bin ich da jetzt mit der Rubi unterwegs und die Eskade ist da jetzt gerade nicht am Paddock. Aber die kommen jetzt dann gleich auch dann wieder raus. Meine Pferde sind auch den ganzen Tag draußen. Ich finde Bandagen richtig schön. Ich finde es total schön und voll schick, wenn man auch diese Bandagierunterlagen hat und sowas. Also mir persönlich gefällt das richtig gut. Ich finde es auch total schön, wenn Mädels auch immer solche Sets haben. Also wo du halt, wo das so richtig wie aus dem Katalog aussieht, du hast eine passende Schöpracke, du hast eine passende Reitjacke dazu, eine schöne farblich abgestimmte Reithose, natürlich passende, unfassbar saubere Reitstiefel. Alles schaut super aus, das Pferde ist super sauber und alles. Und dann hast du noch super schöne Bandagen und Bandagierunterlagen, die auch so ein bisschen rausstehen. Finde ich für meinen Geschmack halt super schön. Es gibt auch ganz, ganz viele, die sagen, die finden das nicht so cool. Mir gefällt es halt richtig gut. Und da ist der Rubiel, der große Wurm. Und die Rubiel verstehen sich richtig gut beide. Das finde ich auch so schön. Oh mein Gott. Jetzt geben sie sich gerade den Bussi. So herzig, die zwei. Okay, jetzt spielen sie miteinander. Ja, jedenfalls, das finde ich halt richtig, richtig schön. Und ich weiß, das ist auf jeden Fall auch Geschmackssache. Viele finden das nicht so schön, aber ich finde das richtig nice. Und ich hätte das auch voll gerne. Mein Problem ist, Bandagieren dauert einfach so mega lange. Also, kennst du das? Bist du da auch eher so der Bandagiermuffel? Weil du musst ja dann auch immer die Bandagen wieder dann aufwickeln. Du musst sie dann waschen. Du kannst halt einfach dann, also mit Gamaschen so, ich packe die Gamaschen drauf, gehe reiten, mache die Gamaschen runter und gebe den Schmutz halt eben von außen und innen. Also innen ist meist nur so ein bisschen Fell und außen ist halt noch so ein bisschen Schmutz. Das packe ich weg und dann, oh Bibi, Bibi, Bibi. So süß, oder? Ach so, ach so. Der hübsche Pop und die Rubiel. Und das mache ich halt dann weg bei den Gamaschen und dann hat sich die Sache irgendwie erlegen. Und das finde ich halt sehr, sehr angenehm. Bei den Bandagen ist mir das einfach zu viel Arbeit. Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, Bandagen oder Gamaschen, bei mir ist die Entscheidung immer Gamaschen. Und ich habe am liebsten Fesselkopf-Gamaschen. Also so die richtig lange Gamaschen finde ich auch richtig schön. Und am liebsten auch in Braun finde ich total schick. Oder beim Rubien zum Beispiel finde ich jetzt auch schwarz richtig schön, damit das so einheitlich ist, farbmäßig. Das ist mein vierjähriger Wallach und das ist meine dreijährige selbstgezogene Stute. Also beide sind selbstgezogen aus der Rubieneska, die jetzt gerade hier lebend chillt. Und ich habe jetzt hier den Bezügel hier einfach so eingehängt. Die steht da jetzt einfach so. Sie ist einfach die coolste. Gell, Bibi? Und der Rubien wird dann so mein Nachwuchspferd. Also das Pferd, was ich dann, wenn die Rubieneska nicht mehr reitbar ist, weil die Rubien ist jetzt schon 21. Ich meine, ich hoffe natürlich und Klopfer voll, dass ich sie noch ganz, 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 ganz lange reiten kann. Ich kann schon, wie sie herschaut. Ja, du bist ja mit gemeint. Ich reite sie da mit einer Schenkeltrense, dieses Lange, was da oben und unten auch so ein Pünktchen hat, was sie dann auch noch Impulse gibt. Das finde ich auch richtig cool. Die kleine Family. Ja, ich bin gespannt, was deine Meinung zum Thema ist. Ich reite ohne Schutz. Reitest du ohne Schutz oder nicht? Also reitest du mit Gamaschen oder Bandagen? Oder sagst du, okay, nein, das ist nichts für mich, das brauche ich irgendwie nicht? Dann schreib mir das doch gerne. Ich bin sehr gespannt über deine Meinung. Haben wir so eine kleine Diskussionsrunde vielleicht auch jetzt da in den Kommentaren. Und wenn du vielleicht eine Zahl in diesem Video gesehen hast, dann gut, falls nicht, dann nicht. Ja, alle Infos zu diesem Video gibt es auf jeden Fall in der Infobox. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Kostet abonnieren nicht vergessen. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Glöckchen aktivieren. Du wirst immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video dann online stelle. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüssi.